Ich bin heute echt hübsch aus. Ein Bart und einen kurzen Jack. Der will's wissen. Wenn er's verträgt. Sein Ding. Die lassen echt jeden hier rein. Hast du ein Problem, kleiner Mann? Nein, 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 Sir. Ich hab kein Problem. Dann hör auf, mich und meine Braut anzustarmen. Das mach ich nur, weil ich ein Herz für Liebespaare habe. Darf ich dich was fragen? Hat sie so ausgesehen, bevor du sie zu Schanden geritten hast? Was verzapfst du da, du beschissener Winzling? Weißt du, ich hab mich immer gefragt. All diese potthässlichen, menschlichen Müllhaufen, die unsere schöne Erde bevölkern. Wer schafft die? Ich meine, was für Frankensteinmonster müssen es miteinander treiben, um solche abgefuckten Arschfressen hervorzubringen? Dann komm ich in diese Bar und da sitzt ihr beide und gebt mir die Antwort, die ich mein beschissenes Leben lang gesucht habe. ausgedruckt, Cowboy. Ein Glück hast du mich geschlagen und nicht das Wollmammut, das du vögerst. Ja, ja, ja!